die haben die mana anzeigen ein bisschen geändert vor allem oben links sieht man jetzt mal dafür hat man es gar nicht gesehen oder was nein das hast du mal gesehen okay ich habe wörter detail auf low gemacht einfach und jetzt habe ich 130 fs ja ich will immer detail auf low habe ich davor nicht aber ich dachte mein gaming rechner schafft es aber es meint ist ja ist ja high end mit minimum aus ich mag diesen kanonen starten alle jorden können bekommen so langweilig das einzige was schlimmeres als joggen ist auf dem laufwand zu joggen deswegen habe ich mich immer zu 30 sekunden lang aufgewärmt auf dem laufwand das war's ja 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 Hm, Freya Mutant. Hm, nice. Oh, Odin Mutant. Deine lefte Kraft ist unter der Seite. Du bleibst, ich gehe. Bezauwärts, links. Ich fahre, ob das ist bei mir. Okay. Ah, du bist so gut? Ja, ja. Okay. Das ist sehr gut, der nimmt ihm den Farm weg. Hm. Digga, was ist mit dieser Duolane los? Halt mal eure Fresse. Okay, crack beide Muten. So. Weiß nicht, wo Thanatos ist, Broly? Ja. Kannst du ping, wo er ist? Hier. Aber der weiß, dass du kommst. Ja. Kannst du ihn stun? Nee. Der weiß, dass du kommst. Ja, ja. Ja. nice du oder stabil auf jeden fall also dieser nami darfst du einfach nicht durchlassen diese lappen kommen damit nicht ja man ja 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 Blah, there's so much. Gieriges. Scheiße du Gieriges. Du hast Ulti gell? Ne schade. Nein hab ich auf Erwett gewendet. Tana Ulti ist noch down also. Noch bist du gut dran. Er hat sein Blue noch nicht oder? Nein der macht sein Blue auch nicht wirklich. Tana ist auch noch nicht da. Ich droppe sein Blue gleich. Auf mein Weg. Ulti ist down. Auf mein Weg. So. Okay nice. Oh kommt schon. Auf mein Weg. Nah schade. Auf mein Weg. Auf mein Weg. Ah fuck fuck okay. Lade. Ulti die, Bro. Ulti, Ultem, Bro. Warum ultest du den nicht? Free, Alter. Free. Fertig. Wo gilt die Inde? Hier. 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 Was? Ich weiß nicht, was der Rukun labert. Keine Ahnung. Wir können den rechten Tower eigentlich nehmen. Mhm. No. Unlucky. Ich hab nichts mehr. Ah, zu spät. Kannst du den dashen? Nein, ich habe keinen Dash. Uh, da kommt der Stella, bruder. Oh, da kommt der Stella, bruder. Oh. Ja, ich hab's nicht. ja er hat grad seinen jump über meine zwei gemacht ich hab grad beim naruto spielen fett auf mein controller genießt direkt überlebt direkt ist stabil ja also wir haben jetzt mal auf ich hab sentry aber ich weiß nicht ob wir den großen schalten na den großen nein wir sind recht low verlieren gegen sie gewesen oder sich die 15 also okay frage relativiert genommen aussage ich habe ich kann nämlich da form noch ein bisschen okay okay alles gut ich kann das weg ja ich komme ich komme dann ist tot ok ist sie leist tot ah pisse alter wie weit springt dieser ja recht der tower ist eh weg scheiße hast du teleport falls er noch weiter pusht ja hab ich ja 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 das mal ja 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 WTF? Wo kamen die denn her, Alter? Der G-Humbatz ist gerade einfach der stärkste Jungler im Game, ich schwör's dir. Wieso eigentlich? Der ist heftig, wegen seiner Ulti, wegen seiner 3. Die 3 wurde ja verändert, ne, und die ist halt heftig. Sein Jungler-Clear ist jetzt halt mies geworden für den Anfang, gell? Ne, der Jungler, ja, also gut meinst du. Also gut mein ich, ja. 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 Scylla Beats sind auch da Kugeln ist tot rechts Ok Ymir freezes down Tana ultet auf mich safe Oh nice Schön Nice Schade ich dachte ich muss zu euch kommen Sonst hätte ich weiter Rest gepusht dabei Ja Ah Zum wo kommen ist Was heißt zum wo kommen Kugeln Ich push die Mitte Ja Der kann dir nichts mehr machen Ja Scylla ulti ist auch dran Pusche einfach Ja Ey Schoki was geht ab Na das ist ja was Schoki Loll War da was Nimm den linken Tower Ja ich bin hier noch alleine Ich komm ich komm ich komm Oh ich bin low Na schade Ne 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 Komm her komm her wir können ja nichts machen Ah ich wollte grad jumpen Digga das war einfach zu lange da Schade 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 Shit Digga da hätten wir doch nicht bleiben sollen Ja 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 das rankt Ja ja das rankt Unser erstes game vom neuen Split Was lachst du Wir haben einfach beide genau das Gleiche gesagt Digga Odin alter schlaft doch nicht Ich erwarte dir das alles spaßt Ultimat ist bereit So ein Honk alter So ein Honk alter Korin So ein Honk alter Schade Wunsch schon den Gold für sie beten erstmal zum red buff diese dual lanes ist einfach nicht bot alter ich hab ulti digga wir können ja dreißen rechts alter freya heute noch so ein spaß die noch hier ich habe sie gesloten wie sind der so hinterher gesprungen alter ich habe kein mana mehr ja ja wir ganken aber ich habe noch für ein star auf jeden fall okay ist ja es als meter sie fällt mit krit gerade richtig stark deswegen wird die ganze zeit gepickt was meine ulti war out of range willst du mich flachsen ich habe nichts mehr ich habe keine ahnung wie du überlebt hast ich habe ihn sehr vereinfacht ich habe ihn nicht ohne mich ich habe ihn nicht nicht in der in der wenn es ihr jetzt nicht nicht in der in der in der ist Auf die Freya brauchen wir nicht hoffen, die braucht 3 R. Ah, wir haben ja Vulcan für Damage. Hast du ne Sentry, ich hab keine mehr. Ja, ich hab keine. Da ist keine Worte. Der hat mich gegründet. Ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Auf die Freya. Ich bin der Weg. Die Stimme ist unter Wurzelt. Er wird ein Gerät. Sie ist unter Wurzelt. das schwierig mit idioten zu spielen aber so kommen die halt auch in höhere elo ich bin wie so bots digger Odin ist nicht da sie hat noch auf euch gestellt ich komm ich komm ich hab Ulti, Tana Ultis auch down wir haben hier zwei gekillt ja du alter Humbats ausgelöscht sag ich nur der wurde auch ausgelöscht geh auch auf den jaja der slow digger gg digger kriegen wir techspeed in Odin seiner Ulti oder habe ich einfach nur betrieben irgendwie hatte ich gerade das gefühlt dass ich jetzt techspeed hatte ich weiß auch nicht brah und wie viel kriegt man da so jetzt ich hab 62 MMA bekommen nur wie langweilig ok der Vulcan war gut der Rest war trash 62 MMA du und ich hab 61 bekommen ja obwohl ich top elo war du was wenn wir verlieren verlieren wir so 300 tja tja das wär ja so richtig geil nicht also das Humbats Game war schon mal auf jeden fall nice du hast langsam viele Humbats Fickt euch Fickt euch diese Worte sind für uns von großer Bedeutung sie helfen uns das auszudrücken was wir als Firma anders sehen als andere auch egal und wir es und immer Menschen zu sie